Ich komme gerade aus dem Erziehungsseminar, das erste Seminar seit der Corona-Krise. Wir waren heute bei der Frau Reichenbach zur offenen Erziehungsthemenrunde. Wir waren jetzt zwölf Teilnehmer, darunter auch drei Väter. Ich komme raus und bin sehr glücklich und beseelt und freue mich jetzt heimzugehen zu unseren Kindern. Und nehme auch mit, dass man doch nicht alles ganz falsch macht auf dem schweren Weg der Erziehung oder Erziehung seiner Kinder. Und nehme so das eine oder andere mit, wo man sich selber dann doch nochmal fragen kann oder reflektieren kann. Gibt es da nicht noch einen Plan B oder einen anderen Weg? Also so das eine Thema doch früher ansprechen, wo man weiß, da kommt es zu Konflikt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und einfach Zeit verbringen mit den Kindern. Und das hat die Frau Reichenbach auch nochmal schön gesagt, dass das ganz wertvoll ist für die Kinder. Zeit einfach mit den Eltern zu verbringen und ja, das nehmen wir heute mit. Zeit einfach mit den Kindern. Untertitelung des ZDF, 2020